Willkommen hier zurück Was habe ich hier alles? T, J, Y, was? Was ist das? Willkommen hier zurück Wir sind hier auf unserem neuen Schiff, auf dem V25 Das, wow, wie schnell ist das, Fee? Ich habe noch nicht mal irgendwelche Flaggen dran Das ist aber schwach mit 6000 Das ist saumäßig schnell Das Gute ist, das Ding ist auch ziemlich farb Was sind das? Wir können Ja, Monster Ja, hier rein Ja, sobald keiner nicht schießen Ja, ist noch einer Fiiiiz Alter Trifft der? Ich mag das Schiff jetzt schon irgendwie Obwohl es eigentlich ziemlich schlecht ist Oh, und die Basis wird schon erobert Also im Kurvenfahrten wird es sehr, sehr langsam Oh, hier ist Flugzeugträgerchen dabei Ach, genau Da ist Hier ist ja Flugabwehr aus Irgendwie Mit irgendwie dabei Wenn ich richtig weiß Gucken wir mal weiter hier um den, ja Die sind viel zu schnell Oh, also einmal Torpedo in ihrem Arsch Wir drücken mal What? Alter Das ist ein nice Schiff Das hat viele Funktionen Wo es ihm schlecht ist Wir gehen zurück zum Hafen Äh, jetzt muss eigentlich Das andere Schiff Wieder zurück sein Da kann man eigentlich schon vorbei sein Dann können wir mal gucken Äh, ob wir die genügenden Punkte haben Um den Orleans verkaufen Und um uns das andere zu holen Im Modul, gucken wir mal Ja, wunderbar Können wir uns holen Erforschen wir Ja, wir erforschen das Schiff Was notwendig Mit Platz Achso, wir haben keinen Platz mehr Ähm Dann verkaufen wir den Climber Äh, Kapitän entlassen So, okay Dann Reserve Jetzt muss ich nochmal überlegen Also wir haben hier keinen freien Platz mehr Aber wir können den jetzt schon mal erforschen Wenn wir den erforscht haben Ach, das ist Panasien Okay USA, genau Dann können wir nämlich den schon mal erforschen Der ist aber schon erforscht Das heißt, wir können den Orleans verkaufen Äh, Orleans verkaufen Ja Und dann können wir uns Wie diesen freien Platz Können wir uns Äh, USTDR Den Navi King Ein Kreuzer kaufen Den kaufen wir uns bitte Mit Standortbesetzung Und dann können wir Dann gehen wir nochmal auf das Schiff Und wir gehen das gleich hier Hier Und dann gehen wir auf Angriff Können wir schnell hier wechseln Und dann gehen wir im nächsten Part Gleich auf die Navi King Werden wir das machen Wir gehen da auf die Navi King Wir gehen da drüber Ah, wir haben hier zwei in Reserve Wir könnten uns den ja Der war vor auf der Dings gewesen Neuweißung des Käpt'n erlaubt Seinem Vorschriften Äh, yo Dann tun wir den wieder hier Zuweisen Umschwung Oh Flottenschwung Ja, machen wir Flottenschwung 200 So Da haben wir nämlich unseren Kämpfer hier wieder Und dann Wir gehen Komm mal Für die Samen Und dann Von den Und dann Und dann Schatten kommt aber Aber mehr davon sind Doch nicht in einem Sindsatz Denn man ist Und 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 Und